Wenn du als Fotograf oder Filmer unterwegs bist, dann ist das Wichtigste, neben geilen Aufnahmen, natürlich die Datensicherung. Wie mache ich das Ganze? Nutze ich Festplatten, nutze ich Cloud-Systeme, nutze ich NAS vielleicht etc. etc.? Das alles erzähle ich dir in diesem Video. Ja, zuallererst mal Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Christoph, falls du mich noch nicht kennst und ich schwitze nicht immer so, aber ich komme gerade vom Joggen und bin hier in Südafrika. Und das hat mich zu diesem Thema inspiriert, denn ich habe hier ganz viele Daten zu sichern. Ich nehme hier Videos auf, ich nehme hier Fotos auf, ich bin für Nikon unterwegs, mache viele, viele Aufnahmen und will diese natürlich gesichert haben. Jetzt gibt es da neuere Wege, es gibt Oldschool-Wege und ich will dir in dem Video einfach so ein bisschen aufschlüsseln, wie ich das mache. Das ist natürlich nicht der einzige richtige Weg, es gibt viele Wege und mich würde auch deiner interessieren. Also pack das gerne unten in die Kommentare, weil ich lasse mich da auch gerne inspirieren, wenn da was Geiles dabei ist. Vielleicht switche ich bei mir auch das eine oder andere, obwohl ich mit dem Setup, wie ich es gerade fahre, schon ziemlich zufrieden bin. Was nicht ganz so geil ist, sage ich dir auch im Video und da werde ich aber auch eine Änderung demnächst vorschlagen. Wir haben jetzt gerade Anfang 2022, das heißt, das ist mein Workflow aktuell, mein Vorgehen und das gebe ich dir jetzt einfach mit. Früher, vielleicht mal so angefangen, hatte ich immer den Laptop auf Reisen dabei, gerade um die Datensicherung auch zu machen. Ich weiß, da gibt es auch kleine mobile Festplatten, wo man direkt eine Karte und so weiter reinstecken kann und so weiter. Mir war das immer ein sicherer Laptop, denn da konnte ich auch die Daten sichten, blibla blub. Mittlerweile ist alles hierauf umgestellt, iPad, iPad Pro, denn das hat mittlerweile die gleichen Funktionen wie mein Laptop und damit lässt sich super arbeiten. Wie gehe ich jetzt vor? Da ich hauptsächlich als Fotograf unterwegs bin, nutze ich Lightroom tatsächlich als allererstes Backup. Meine Bilder, die landen von der Speicherkarte hier, die kommen aus der Kamera raus, gehen hier in den Kartenleser rein und landen direkt in Lightroom Mobile auf dem iPad. Nicht auf der Festplatte oder sonst irgendwo, was man denken könnte, nein, die importiere ich mir direkt in Lightroom Mobile. Warum, wieso und wie das Ganze funktioniert, da gibt es vielleicht bald einen Videokurs von mir. Lightroom Mobile Superstar kommt im März wahrscheinlich raus, nagelt mich hier mal noch nicht irgendwie, aber er ist abgedreht. Ich habe den hier aufgenommen, kommt. So, Disclaimer, Werbung, Ende. Ich habe alles in Lightroom und Lightroom sendet mir diese kompletten RAW-Files direkt in die Cloud. Das heißt, die sind gesaved, dauert aber natürlich je nach Internet ein bisschen. Gerade hier in Südafrika, hey, manchmal habe ich da bloß ein 3er Upload, manchmal sogar bloß ein 1er Upload. Das ist natürlich lahm und dauert, gerade bei der Masse, was hier so eine Z7II durchschießt, da kann das ein bisschen dauern. Deswegen bei mir auch noch das Backup auf diesen kleinen Sundisk-Festplatten. Ich werde von denen nicht bezahlt, ich habe mir die alle selber gekauft, falls Sundisk zuschaut. Und schreibt mir gerne mal, ja, also da würde ich für euch tatsächlich auch ein bisschen Werbung machen. Denn die sind gut. Ich verlinke euch die auch unten. Ich habe da zwei Stück, 2TB, die sind richtig schnell, von denen kann ich auch arbeiten, von denen kann ich auch ganz schnell Sachen hin und her kopieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Spart nicht an den Festplatten, denn die Geschwindigkeit macht es aus. Oft hast du vor einem Abflug oder bevor du irgendwo hingehst, musst du noch schnell irgendwelche Daten sichern, kopieren. Und wenn das dann eben die doppelte oder vierfache Zeit dauert, dann ist das ein richtiger Pain. Also schau, dass du da wirklich lieber ein bisschen Kleingeld in die Hand nimmst und dir das schnellste Produkt holst. Denn dann funktioniert so ein Rüberziehen und so weiter auch wirklich innerhalb von Minuten. Und das macht es bei mir so wertvoll. Gerade bei mir die Kombination aus der schnellen XQD und der Sundisk. Das ist einfach der Wahnsinn und garantiert einen superschnellen Workflow. Das heißt, ich ziehe mir die Sachen erst aufs iPad. Dann habe ich hier so einen Dongle. Den stecke ich da dran und an den kommt dann später gleichzeitig die Karte und gleichzeitig die Festplatte. Und ich ziehe dann einfach die Bilder bzw. die Ordner einfach nochmal auf diese Festplatte hier rüber, um dann auch nur die Sicherheit zu haben. Und dann habe ich sogar noch eine zweite, denn das ist gerade unterwegs. Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig das ist, aber Sicherheit. Also klar, Cloud gibt mir gerade die meiste Sicherheit eigentlich, aber für die Videodateien und so weiter nutze ich die Cloud noch nicht, weil das einfach der Upload hier noch nicht hergibt. So weit ist die Welt einfach noch nicht, dass du in den entlegensten Städten, Dörfern, natürlich kapst du das jetzt nicht dazu, aber ich war auch im Dschungel von Vanuatu unterwegs. Ich war auch schon in Indonesien und ich war auch schon in, keine Ahnung wo, am wirklichen Arsch der Welt. Und da hast du einfach kein Internet. Das heißt, du brauchst noch eine andere Option und da sind die einfach super. Ich spiegle das Ganze, habe die dann einstecken. Eine ist immer im Apartment, im Safe. Eine ist immer unterwegs dabei. Somit habe ich auch die Sicherheit, falls irgendwo was geklaut wird, irgendwo was passiert, dann ist das Zeugs auch hier noch safe. Ich habe auch NAS daheim. Ich habe einen eigenen Server, auf den ich quasi auch meine Sachen hochladen könnte. Das funktioniert und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da mit QNAP verbandelt. Das heißt, ich habe zwei von den QNAP Geräten daheim. Habe mir das eigentlich geil vorgestellt, dass ich auch von unterwegs darauf zugreifen machen kann und selbst mit schnellem Internet. Ich habe daheim eine Gigabit-Leitung, also das rast. Ich habe hier schon richtig schnelle Leitungen gehabt. Trotzdem ist die Verbindung nicht immer geil. Ich muss dann daheim jetzt noch irgendwas Neues einbauen, dass es irgendwie schneller geht. Und dann ist noch der Faktor, dass sich das Gerät halt ab und zu mal aufhängt. Dann habe ich hier keinen Zugriff mehr drauf. Dann muss jemand bei mir daheim in die Wohnung gehen und das Ding neu starten. Und das ist einfach ultra nervig, funktioniert nicht. Deswegen werde ich jetzt mein ganzes Safety-Gedöns auf Dropbox demnächst umstellen. Dropbox Business, unendlicher Upload. Kostet, glaube ich, 650 Euro im Jahr. Ist es mir aber natürlich für die Sicherheit der Daten absolut wert. Das ist jetzt, was ich tun werde. Ich werde mein NAS als lokale Sicherung behalten, werde das zweite aber abschaffen und werde einfach alles über die Dropbox regeln, dass ich auch von unterwegs da eben noch besseren Zugriff auf alte Daten habe und vielleicht auch dann vielleicht nur noch eine Festplatte irgendwann brauche, wenn sich hier das weltweit mit der Internetabdeckung auch irgendwie verbessert. Bis dahin ist das aber wirklich mein Setup. Also ich brauche leider, oder was heißt ich brauchen, es würde auch anders gehen, aber ich habe halt gern ein Gerät dabei, wo ich auch direkt editieren kann, machen kann und so weiter. Das ist mittlerweile iPad. Dann laufen da direkt die Bilder drauf in die Cloud zu Lightroom und dann nehme ich diese Karte nochmal her und schiebe mir Foto- und Videomaterial einfach in Ordnern auf meine Mini-Festplatten, die außerdem auch noch Staub, Stoß und Wasser geschützt sind. Also besser geht es ja gar nicht. Und dann habe ich, wenn ich unterwegs bin, ein relativ gutes Gefühl. So, das war mein Setup 2022. Schreib du bitte in die Kommentare, wie du das Ganze handelst. Ob du sagst, ach, Datensicherung, ich lasse das einfach hier auf der Speicherkarte, nimm da lieber zwei mit, steck die weg und dann ist alles gut. Oder machst du gar keine Gedanken drüber oder machst du vielleicht noch mehr? Wie gehst du vor? Schreib es bitte rein. Würde mich mega interessieren und bestimmt auch alle anderen, die hier zuschauen. Ich bedanke mich für dich fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder und wünsche dir viel Spaß bei was immer du gerade magst. Liebe Grüße. Ja und falls dich noch was anderes zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung, Lightroom, Instagram und so weiter interessiert, dann findest du hier auf dem Kanal noch ganz, ganz viele weitere Videos. Tobi dich aus, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.